Sehr geehrte Damen und Herren, heute möchten wir Ihnen das Anphasen mit dem ChamferCut-Verfahren und die zugehörigen Liebherr-Maschinen vorstellen. Aus dem Markt kommt zunehmend die Forderung, die Stirnseiten der Zahnräder definiert anzufasen. Dabei stellt sich zunächst einmal die Frage, warum? Das Anphasen geschieht einerseits, um Beschädigungen zu vermeiden und den Montageprozess zu unterstützen. Andererseits wird ein Versprühen der Zahnkanten bei der Wärmebehandlung verhindert und die Werkzeugstandzeit bei der Hartfeinbearbeitung, insbesondere beim Verzahnungshohnen, verbessert. Neben dem bisher weit verbreiteten Drückendgraten gewinnt dabei in den letzten Jahren das ChamferCut-Verfahren aufgrund seiner exzellenten Phasenqualität zunehmend an Bedeutung. Das Anphasen erfolgt mit speziellen Anphasfräsern, den sogenannten ChamferCuts. Durch die sparende Erzeugung der Phase wird eine sehr hohe Qualität und Reproduzierbarkeit erreicht. Materialaufwürfe und Deformationen treten nicht auf. Der beim Drückendgraten erforderliche zusätzliche Schlichtschnitt beim Wälzfräsen entfällt. Das Verfahren wurde vor über zehn Jahren von Lieper etabliert und besticht zudem durch seine hohen Werkzeugstandzeiten, unabhängig ob nass oder trocken bearbeitet wird. In Verbindung mit der einfachen Werkzeugaufbereitung analog zum Wälzfräser und der Möglichkeit von ca. 20 Nachschliffen resultieren die geringsten Anfasskosten im direkten Vergleich zu anderen Verfahren. Dies ermöglicht sehr kurze Amortisationszeiten. Der Anphasprozess selbst läuft CNC-gesteuert und wird über die von Lieper eigens entwickelte Benutzeroberfläche umgesetzt. Die Einstelldaten werden vom Werkzeughersteller LMT Fette bereitgestellt und können auch direkt elektronisch eingelesen werden. Etwaige Phasenkorrekturen erfolgen ebenfalls CNC-gesteuert, was die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert. Beim klassischen ChamferCut-Verfahren werden die Anphasfräser neben dem Wälzfräser auf dem Fräserdorn gespannt, was allerdings die Taktzeit verlängert. Durch die von Lieper speziell entwickelte ChamferCut Anphas-Einheit ist es jedoch möglich, den Prozess hauptzeitparallel und somit optimal wirtschaftlich durchzuführen. Zusätzlich stehen entsprechende Standalone-Anphasmaschinen zur Verfügung, die ein Upgrade bestehender Produktionslinien oder Zellen mit der ChamferCut-Technologie ermöglichen. Das Anphasen mit dem ChamferCut definiert den neuen Stand der Technik. Lieper bietet Ihnen hierzu die für Sie passende Lösung. Wann steigen Sie um?